Ich kann noch ein bisschen angeben, ich wollte die Chance noch nutzen, weil ich habe mir letztens was gegönnt von meinem Geld. Extrem teuer und da bin ich stolz drauf und zwar habe ich einen extrem teuren Führerschein. Wirklich mega gut, so einen mit mehreren praktischen Prüfungen und so, also sehr gut. Und bei der ersten praktischen Prüfung bin ich damals durchgefallen, weil ich über eine rote Ampel gefahren bin. Und dann meint der Prüfer danach auch zu mir, sie sind durchgefallen, sie sind über eine rote Ampel gefahren, das darf man nicht. Also ich war so schlecht, dass er dachte, dass er mir das erklären muss. So, als ob ich so sage, ach so rote Ampeln hatte ich noch gar nicht, danke. Wisst ihr, das war das Ding, ich habe so ein bisschen auf Lücke gelernt und ich habe einfach gehofft, rote Ampeln kommen nicht dran. Naja.